Radio Taiwan International UTC auf der Frequenz 11995 kHz von 17.30 bis 17.40 UTC auf der Frequenz 9545 kHz und von 17.45 bis 17.55 UTC auf der Frequenz 7250 kHz. Radio Taiwan International wird aus diesen drei Frequenzen zwei für die diesjährigen Direktausstrahlungen aus Danchwell in deutscher Sprache auswählen. Wir bitten Sie uns Ihre Empfangsbeobachtungen über diese Testsendungen mitzuteilen an die E-Mail-Adresse deutsch-at-rti.org.tv Von Freitag dem 12. Juli bis Sonntag dem 4. August werden an vier Wochenenden jeweils Freitag, Samstag, Sonntag je 30-minütige deutschsprachige Sendungen direkt von der Sendeanlage Danchwell in Talban ausgestrahlt werden. Dazu Informationen über die Direktausstrahlungen auf Danchwell finden Sie auf unserer Website www.rti.org.tv Dann auf Deutsch klicken und unter Infos. Radio Taiwan International aus Japan Hören Sie nun Südse-Mäckchen von der Liedchen Theresa Dung. Hören Sie nun Südse-Mäckchen von der Liedchen Theresa Dung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018